Ich weiß schon gar nicht, aber bei den Trollen, da kommt man nicht vorbei, keine Ahnung, wie das gehen soll. Ja, wie denn? Vorbeilaufen. Die greifen doch eh verlangsamer. Was? Die greifen doch eh verlangsamer um die Trolle. Du darfst halt nicht hinter zwei, zwei Leuten laufen, sonst hast du dann 200 AE-Felder da vor dir. Jetzt sind keine mehr da, aber... Also ein paar von den Fleischreisern habe ich weggemacht, ich weiß nicht, wie schnell die wieder spawnen. Lass uns mal hier warten. Oh, lauf weiter. Das ist so tödlich. Guck mal, hier sind so zwei... Ach, Zwiesel, ähm... begleitest du, oder wie? Das ist ja super praktisch. Hast du's schon geschafft, oder? Ja, bin durch. Schön. Ich kann nicht springen, hä? Ach. Ah, ne, ich bekomme... Oh, verdammt. Ich glaube, es ist doch irgendwie Unsichtbarkeit, oder so, ne? Ja. Oh, du kriegst ja... Trotz der Kugel wirst du ja getroffen. Was ist das für eine Scheiße? Das hab ich auch noch nicht so ganz verstanden. Super Zwiesel, danke. Da... Ja, geil. Hopp! Oh, das Schwerste geschafft. Juhu. Auch geschafft. Ja, wir werden verraten, warum ich immer noch Bär bin. Was ist das denn? Mhm. Man ist ja unendlich verwandelt in diesen Bär, oder? Das ist irgendwie beschränkt. Ich kann die Truhe nicht öffnen. Also, du bist bei mir, bist du kein Bär mehr. Ja, ich bin wieder in Folge. Also, ich habe eure Flagge vergessen, oder so ein Kram. Richtig? Ja, richtig. Weiter, geradeaus. Du hast es gleich geschafft. So, da gerade, rechts rum. Und dann nur noch... Für mich ist kein Dings mehr, ja? Keine Falle. Keine Falle, keine Mops mehr. Kannst einfach gerade durch. Komm, ich gebe dir noch einen Speed-Buff mit meinem aufgestiegenen Stab. Boah. Oh, Mann. Und das ist auch gleich so ein aufgestiegener Speed-Buff gewesen. Ja, haha. So, da kommen doch noch einige Bärchen durch hier. Oh, ich treib immer in die gleichen Falle. Eine Traditionsfalle. Mhm. Wipe that. Higgi. Oh, Mann.